Was ist Glioblastoma Multiforme? Ein Glioblastoma Multiforme ist eine Art bösartiger Gehirntumor, der schnell auftritt und sich ausbreitet. Eine Person kann in jedem Alter an einem Gehirntumor leiden, obwohl dieser spezielle Typ am häufigsten Menschen über 50 Jahre betrifft. Glioblastoma verursachen in der Regel eine Reihe von Symptomen, von chronischen Kopfschmerzen bis zu verminderten kognitiven Funktionen, und sie sind in der Mehrzahl tödlich von Fällen. Wenn ein Tumor entdeckt wird, versuchen Ärzte in der Regel eine Kombination aus Operation, Chemotherapie und Bestrahlung, um die Symptome zu lindern und das Fortschreiten des Krebses zu verlangsamen. Ärzte sind sich im Allgemeinen nicht sicher, was die Entstehung von Glioblastomen auslöst. Forschungen legen jedoch nahe, dass die Genetik eine wichtige Rolle spielen kann. Viele Patienten, bei denen ein Herntumor diagnostiziert wurde, haben eine familiäre Vorgeschichte von Krebs und anderen kognitiven Problemen. Einige Fachleute glauben, dass bestimmte Umweltfaktoren, einschließlich der Verwendung von Mobiltelefonen und der Exposition gegenüber giftigen Chemikalien, ebenfalls zu Tumoren führen können, aber es gibt nicht genügend verlässliche wissenschaftliche Forschungsdaten, um die Hypothese zu bestätigen. Ein Glioblastoma-Multiforme entsteht normalerweise als kleine Prekenzeröse-Läsion im Temporal-, Frontal- oder Paritalappen des Gehirns. Läsionen neigen dazu, bösartig zu werden und breiten sich schnell aus, und ein Tumor kann sich in weniger als einem Jahr vollständig bilden. Der aggressive Krebs kann in andere Hirnlappen wandern und unbehandelt in den Hirnstamm und andere Körperteile eindringen. In einem früheren Stadium kann ein Glioblastoma-Multiforme keine auffälligen Symptome verursachen. Wenn ein Tumor wächst, kann es zu Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwäche und Erbrechen kommen. Ein Tumor im Spätstadium verursacht normalerweise Konzentrationsschwierigkeiten, Stimmungs- und Verhaltensänderungen sowie einen eventuellen sensorischen Verlust. Einige Menschen haben Krampfanfälle oder Schlaganfälle als Folge von Tumoren, die die elektrischen Bahnen im Gehirn stören. Es ist sehr wichtig, mögliche Symptome eines Glioblastoma-Multiforme sofort einem Arzt mitzuteilen, um eine genaue Diagnose und umgehende Behandlung zu gewährleisten. Ein Fachmann kann durch Computertomographie und Magnetresonant-Tomographie des Gehirns auf Anzeichen eines Glioblastoma-Multiforme untersuchen. Wenn die Ergebnisse der CT- und Magnetresonant-Tomographie auf Anomalien hindeuten, entnimmt ein Chirurg dem vermuteten Tumor eine Biopsie des Gewebes für die Laboranalyse. Labortests bestätigen die Art des Tumors, das Stadium und die Wahrscheinlichkeit, dass er sich auf andere Teile des Gehirns ausbreitet. Sobald eine Diagnose gestellt ist, können Ärzte Behandlungsoptionen in Betracht ziehen. Eine Operation ist die bevorzugte Behandlung für kleine Tumoren im Frühstadium, um Krebsgewebe vollständig aus dem Gehirn zu entfernen. Die meisten Tumoren werden jedoch nicht früh genug erkannt, damit die Operation allein wirksam ist. In den meisten Fällen werden Chemotherapie und Strahlentherapie angewendet, um Krebszellen abzutragen, die nach chirurgischen Eingriffen zurückbleiben. Da Glioblastome aggressiv und persistent sind, ist es oft unmöglich, den Krebs vollständig auszurotten.